wie gesagt du musst mal gucken du ich habe jetzt 15.000 gems an alle kids weil ich einfach drei runden auf 20.000 gems bekommen habe ich weiß gar nicht woher man die bekommt einfach durch kämpfen und man das steht direkt an der seite für gems und wenn man kriegt dann war 20.000 okay ich habe immer noch nur 2.500 er spielt mit skelett oh gott was wo bin ich hier ja ihr bewirft nicht mehr dreck das ist zwar spewbein aber es ist es ist verrottet das fleisch das ist dreck da unten seid ihr Du bist ja nicht mehr normal hier! Bad, Digga! Der ist gleich tot, der ist gleich tot, der hat zwei von meinen Feinen abgekriegt. Wollt ihr mich verarschen? Sorry. Digga! Nein, dann sind wir aber alleine mit dem Kämpfen. Okay. Ja, jetzt sind wir die Abtreibung, dann sind ich nicht so weit im Kopf nach. Ich konnte den Skellert einmal treffen. Hurra! Mein Smash-Mob-Ziel ist erfüllt. Aber ich treffe den nicht. Guck mal, komm, bin ich wieder da? Jockey, der wieder nur auf mich? Das fette Ur-Ein-Gott! Wo ist der? Wo ist eigentlich der Stahler hier gerade? Digga! Ah! Oh Gott! Irgendwo hier hinten ist er bestimmt. Warum taugt er nicht der Ficker nicht sein, Mann? Hat er keine Hobbys, oder was? Hä? Hä, wo kämpft der denn? Den soll abfressen, Digga! Jetzt verwehr er hier! Was? Was habe ich denn jetzt getan? Er explodiert hier die ganze Zeit. Ich will dich von dem... Und er taget mich schon wieder bis an sein Lebensende! Ich glaube, der mag dich! Ich habe Fluffy schon zweimal gekillt, cool! Ich will dich von dem... Ich will dich von dem... Ich will dich von dem... Ich will dich von dem Creeper ohne den Creeper! Das ist das ein Standard gewesen, Mist! Oh mein Gott, ey! Fick dich! Ich sag's dir, guck mal... Also, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Er nimmt dich richtig an auseinander! Was hast du? Du hast nichts, was zu tun hat, zum besten Kollegen, für den vielleicht helfen könnte, das Fick zu besiegen! Einfach noch kaltflüssig umzubringen! Du verkackst so hart! Guck mal, wie er dich abzieht, Mann! Guck mal, wie er dich abzieht, Mann! Komm, wir pissen! Ohne dir! Benutzt seine Attacken! Du kannst auch Rechts-Fick und Links-Fick mit den Sachen machen! Und dann kommt jetzt Ficka wieder an und staubt ab, ne? Warum abstaubt? Ficka, du Scheiße! Guck mal, wie er dich abzieht! Was, Jelly ist raus? Ja, Mann! Ich wurde verzickert und den Scheiß Skeletten getagert ist! Ich seh da hinten lauter Skeletten rumhüpfen! Ja, ja, die Gitarre, die, 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 die weggekommen zu regenerieren, hat sie abgestaubt! Das ist ein Target! Wenn du's dreimal hintereinander machst! Ich hab' ne Spezialfähigkeit gefunden, ich kann drei Pfeile auf einmal schießen! Das wusste ich noch nicht! Das wusste ich noch nicht! Mit deiner Axt kannst du ne Bone-Explosion machen! Was? Wie geblieben, du? Nimm mal deine Axt, nimm mal deine Axt! Ja, ich versuch's! Jawoll! Ah, er konnte sich retten auf die Insel! Alter, was hab ich denn jetzt schon wieder getan? Du hast mich getroffen, fast! Warte, Tristan, darf ich... Tristan, darf ich... Darf ich nochmal? Du könntest deinen Bone schießen! Tristan, jetzt in den Bone und schieß damit! Lade ihn auf, dann schießt du mehrere Pfeile! Ah Mist, ich konnte ihn nicht mehr treffen! Er hat mich auch einmal gekillt, nachdem ich ihn zweimal gekillt hab, diesen... Durch Zufall, weil er neben mir stand! Du musst ja auch länger aufhören, dann schießt du mehrere Pfeile auf einmal! Ja, passt auf! Fluffy ist da! Fluffy ist weg! Gut gemacht, Tinger! Danke! Spann dich bis zum Ende durch! So, Tinger gegen Stahlhardt. Wer ist härter? Das Duell! Du darfst nicht spammen! Du musst geladen halten! Genau, bis die XP-Leiste aufgefüllt ist! Nein! Nein! Boah, was? Das sah aus! Rette mich doch jemand! Bitte! Wer ist da? Schnauze! Rette mich doch jemand! Du bist gar nicht auf dem Rage dabei, Alter! Frister, du wachst für ein Charakter! Fick dich jetzt! Daddy Daddy Smash Crystal! Arrow Storm! Komm, bitte liegen! Ich hab' den Bock auf diesen Schlubi, Alter! Komm, halt die Fresse! Boah, wie fies! Wir werden einfach verbrannt! Endlich! Halt deine Reife! Was? Leute! warum liebt ihr da nicht, Mann?! Sollen wir? Jetzt sind der Wintern auch noch Schaf! Hallo Schaf! Schaf, ein großes Belmach-Kid auf Erden! Okay. Der kann einen Scheiß-Mino machen, der kann einen Doppelsprung machen, um Steine abzuhauen, man! So ein Pussy-Kid! Ja, ich habe eine Scheiß-Arbeit, aber das ist etwas anderes. Hey, du Schaf! Verarbeitet ihr nicht mit einer Scheiß-Vollidioten! Hilfe, hier sind Schafe! Schaf gegen Schaf! Großer gegen Weiß! Dann ist ein Schwein! Komm her, komm her, ich schick dich jetzt noch! Steiner holt uns! Ich bin der Spick und ich das hab! Kann das kein Schwein über den Hut unterscheiden oder was? Guck mal, wie ich mich targette! Und der kommt auch wieder auf mich hier! Mann, ich hab... Alter, ich bin doch die ganze Zeit auf dem Schaf! Oh! Oh! Ein Tier auf dem Schaf! Guck mal, kommen wir nicht hier nach! Schäumt ihr dann wieder auf Wichterwichter! Komm her jetzt hier! Da! Wann! Fick dich! Och Mann! Juck dich nicht! Ah, was machst du hier?! Ah, was machst du hier?! Ah, Jelte! Dicke, jetzt verpiss dich doch! Guck! Guck! Warte mal! Ich töte dich doch nicht! Ich hab bestimmt wieder Kicks! Guck! Ich hab bestimmt wieder Kicks! Ah, Mist! Ah, Mist! Ein kleines Duell! Ich trau diesem... Dings immer nicht so richtig! Was? Oh, was war das für ein Laser?! Was? Oh, was war das für ein Laser?! Ich hab's gar nicht mehr an! Ja, aber letzte Runde! Ja! Dann sei halt nachtragend! Dann... Dann kill mich halt einfach! Ist mir doch scheißegal! Los! Schaf runter?! Boah, jetzt ist Schaf nur auf der zweiten Ebene gelandet! Ja! Komm doch! Und kill mich! Los, du Schaf! Boah, Dicke, bin ich dir jetzt runtergefallen, weil du mir 5 damage gemacht hast, du vollidiot! Das Schaf schießt von der anderen Seite! Nein! Bitte! Bitte! Juck, bring mich deine Mutter mit YouTube mit ihrer Scheißfatze! Deine Mutter will YouTube mit ihrer Nähe hin! Hm... Da drüben sind ja jetzt alle! Alter! Da kam ich nicht mehr an! Sieh weg, du Schaf! Mann! Alter, Dicke! Das soll ich dir ernst jetzt?! Oh nein! Das macht so viel Spaß! Waren doch die Schafe nur am Rupfspenden da hinten?! Ja, jetzt ist es so siehe! Nimm das doch mal auseinander, das Schaf! Ich probier's! Ich auch, aber ich treffe es immer nicht! War ein schöner Moment! Mann, der geht auch nur auf Ticker und nicht dieser fette Hurensohn! Ich hab' ihn getötet! Okay, dann kann ich nicht alles getötet! Alter, der Ernst! Hurra! Aber Fluffy lebt doch noch! Er hat noch Leben! Äh, so nah wie, hast du Jelte gemutet? Nein! Okay! Jelte nicht! Nur die anderen beiden! Stahl halt, weil er ja gesagt hat, ich sollte lieber muten! Und dann halt den anderen, der gerade neu gekommen ist! Ivo, ja! Genau! Ja, bringt er erst gerade nicht nebenbei offen! Also, im Sichtbereich! Deswegen! Warum? Ne, 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 ne! Juhu, ich lerne gerade den Doppelsprung! Ja! Okay, gute Nacht! Okay, wer auch immer gerade geht! Oh, voll weggelasert, das Schaf! Was ist für ihn? War denn so eine Pussi, Mann?! Was für ein aggressives Schaf! Wer ist eigentlich gerade gegangen? Äh, Ivo ist gegangen! Ach so! Das Schaf steht aber nur da drüben, ich glaub das guckt dich an! Mit Absicht! I need it, baby! I need it! I need it! Wie, da kann die Bomben in die Luft werfen? Das Schaf ist ja vollkommen overpowered! Ja, das ist auch ein Kit, was man sich nicht kaufen kann, sondern das muss man freischalten! Okay! Okay! Stimmt, deswegen stand da kein Preis dran! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Yay! Das ist kaputt! Ich kann nicht zielen! Das ist zu schwummerig! Das ist gerade zu schwummerig! Ich seh' überhaupt nix! Solarbeat steht da einfach nur so hilflos rum! Ja! Ich hab halt nen Ausschau-Effekt! Ich kann nicht mal zugucken, wie die beiden sich gern haben! Jetzt kann das Pferd auch noch Flammen aus seinem Hintern schießen! Und Laseraugen! Ich hätt gern Explosiv-Pfeile! Das wär' cool! Oh! So macht man das! Ey, geh weg! Ich dachte, man macht XP und dann ne Nachricht! Und ich hab's einfach mit nem Buchstaben ausprobiert! Ach, das meinte ich gar nicht! Ich meinte das Schaf! Das Schaf war gerade hier! Nein! Au! Au! Blöde Schaf! Ich werf mit Knochen! Okay, was Gutes! Ach, Game Over! Mich voll hat die... Voll-Bombe erwischt! Das heißt, der klassische Zweikampf! Alter, Mann! Guck mal, der ist so am Wegrennen die ganze Zeit, der Junge! Der macht... Der macht nichts anderes! Er rennt weg und beschießt sich von allen Seiten! Was machst du, wenn ich einfach ausweiche, ne? Guck mal, dann geht der nicht mal in den A-Kopf! Jetzt kommt der an und wird deine Scheiß-Nine platzieren, Jakob! Ja! 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 jetzt geht er in den fernkampf um, damit er dich runterschubsen kann. Ja, jetzt auf einmal, jetzt auf einmal, wenn du in den Acker kommst. Und jetzt fängt er wieder an, rumzuspannen, ne? Ja, ist ja typisch scharf, ne? Ich wusste schon immer, Schafe sind da. Nur nicht, weil man sie als Gegner hat. Was waren das für Minischweine, die da rumlaufen? Ich sehe manchmal nur Partikel von dem Schaf und dann sind sie auf einmal woanders. Nein! Pass auf! Oh. Oha, komm, ich kann auch nicht mehr viel an, ne, Junge. Jetzt sind wir bei uns, die Bacon-Attacke. Nein! Mann, dieser fette Uhrenlohn-Spamer! Oh, ich hab noch ein Leben, ich hab ja noch ein Leben. Ja, jetzt seid ihr beide gleich, dann vom Leben. Ich f*** den auseinander jetzt, alter. Bis auf, dass er weniger Leben hat, als du. Aber schon wieder halbregenerieren. Wo ist denn die Zin-Gerand, Mann? Da, wo dieses Zin-Gang-Zeichen ist. Ich hab ja nur seine Fettsma. Und wenn sie die Wohlmein, für dich geht. Ne, geh nicht hin. Oh, ja. Oh, ja. Und ausgewickelt. Und da hat er die Attacke. Da verschluckt er, da verschluckt er. Wo ist er? Oh. Taktik-Wechsel geht er jetzt doch in den Nahkampf über. Nein, der fährt schon wieder seine Attacken da rum und es ist ja immer hart. Genau, in der Ruhe liegt die Grabe. Ist ja auch rumzuspannen, Digga. Nee, das gibt es nicht. Ich kann hier niemanden mit meiner Naka-Attacke wegspähen, weil er nur seine Attacken rumspähen. Und warum? Kannst du das jetzt nicht so genau? Ja, weil ich dich nicht treffe, weil er so rumhübschen Scheiß-Pinko hin. Ja, aber warum? Mann! GG Kannst du das?